Leute, diese Idee fand ich so cool. Es gibt nicht viele Produkte in meinem Shop, die ich nicht mag, aber ein paar hab ich gefunden. Wir starten mit den Her's Buffalo Blue Cheese. Ich liebe die Her's, aber Edelpilzkäse ist wirklich nicht meins. Weiter geht's mit den Twisters und von denen bin ich gar kein Fan. Schreibt mal in die Kommentare, wie's bei euch ist. Aber trotzdem bin ich gespannt, was damit passiert. Dann kommt auch schon die Jamoy-Pickel. Ich hasse Gurken und ich hasse Schärfe, als ist das mein Endgegner. Boah, Leute, schaut euch die mal bitte an. Dann kommen die KitKat Orange. Und wirklich, ich hasse die Kombination von Schokolade und Orange. Ein Neffy Teffy Banane musste leider auch mit drauf, weil ich kein Fan von künstlichem Bananengeschmack bin. Und ja, auch die Reese's gehören zu meinen Hassprodukten. Ich finde, die sind richtig lecker aus, aber Erdnussbutter geht gar nicht. Und auch wenn ihr den Snowball alle liebt, gehört er zu meinen Hassprodukten. Und das einfach nur wegen dem Kokos außenrum. Das vorletzte Produkt sind die Toxic Ways. Die sind einfach nur ultrasauer und ich frag mich wirklich, wer die mag. Und das letzte Produkt sind die Glotzer. Ich finde den Geschmack richtig lecker, aber die Konsistenz ist gar nicht meins. Kommt heute Abend wieder vorbei für das Ergebnis.